Das ist das Thema, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Der erste Punkt ist, was zerlegt uns denn überhaupt in Sachen Zeit? Du kannst aber auch für ein paar hundert Euro irgendeinen tollen Terminkalender kaufen. Mach, was du willst. Am Ende des Tages kommst du nicht dran vorbei, diese zwei Dinge in den Griff zu kriegen. Nächste Evolution-Podcast-Folge und jetzt mal mit meinem anderen Partner, dem lieben Wendelin. Hallo zusammen. Genau, wir haben ja immer mal so ein bisschen, du kommst ja öfter mittlerweile hier rein und wir wollen uns heute mal über ein sehr spannendes Thema unterhalten, was im Prinzip jeden Menschen betrifft. Jeden Menschen betrifft natürlich auch die Immobilienmakler, aber nicht nur im Business, sondern auch im Privatleben. Überall begegnet einem dieses Thema letztendlich. Richtig. Ja, und das ist das Thema, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Oder Zeitmanagement auch genannt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Systeme, die man hat. Ich erinnere mich noch, Time System gab es früher. Kennst du wahrscheinlich gar nicht. Kennst du wahrscheinlich, also kennst du nicht. Und Time Boxing, also jede Menge Tools. So wie ist denn das eigentlich für dich? So Zeitmanagement, ist das ein Thema? Ich habe Zeitmanagement, das war bei mir damals auch so. Also wenn man sich darüber informiert, kommt man ja ganz schnell zu solchen Tools oder hier ein Kalender oder da so ein cooles Buch. Und das war so mit meiner Anfänge noch der Selbstständigkeit. Das war noch eine andere Selbstständigkeit. Da war ich echt noch 19, 20 oder so. Und dann hat man Eat That Frog gelesen. Okay, du musst die unangenehmen Sachen zuerst machen. Und dann so. Und alles nur so Tools und Tools. Aber nichts hat wirklich so im Endeffekt langfristig geholfen. Es war immer so kurz und sowas wie nächstes Shiny Object, sage ich mal. Und was dann wirklich aber geholfen hat, das Thema Zeit nicht mehr zu diesem Problem zu machen, ist einfach zu schauen, okay, was sind denn überhaupt die Dinge, die mich stoppen oder wo ich überhaupt mal Probleme habe. Und eher in diese Ursachen zu gehen oder die Gründe, warum ich überhaupt mich mit dem Thema so beschäftige und ob Tools da wirklich die Lösungen sind. Und das war so meine Reise oder ist meine Reise mit dem Thema Zeitmanagement. Genau, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich gar nicht so kompliziert. Aber das Ding ist, dass die Menschen, egal ob im Business oder Privat, immer so nach einer Lösung suchen. Also Solution, nach einer Lösung suchen für ein Problem, was sie im Prinzip noch gar nicht verstanden haben. Also was ist das Problem hinter dem Problem? Genau. Und hinter jedem Problem steckt was? Hinter jedem Problem steckt eine Unwahrheit oder hinter jedem Problem steckt auch eine Lüge. Ja, okay. Und das eben zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt also, wenn Probleme kommen, gibt es irgendwo eine Unwahrheit, irgendwas, was nicht passt. Entweder auf meiner eigenen Seite, weil ich mir vielleicht was vorgemacht habe, weil ich nicht richtig hingeguckt habe oder weil ich was beobachtet habe und bin dem nicht nachgegangen. Im Business aber genauso. Auch beim Thema Zeit. Ist genau dasselbe. Ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel permanent Zeitnot habe, dann muss ich mal gucken, warum habe ich denn eigentlich eine Zeitnot? Und was macht das jetzt für einen Sinn, wenn ich zum Beispiel mir Timeboxing anschaue, wenn ich aber ein und dasselbe immer weiter tue, warum ich das Problem habe? Wie kann denn dann jetzt ein Tool wie Timeboxing eine Lösung das Problem lösen, wenn ich das Problem noch gar nicht gecheckt habe? Das ist so, was ich mit dem Anfängen auch meinte, wo ich gesagt habe, ja, man sucht dann schnell nach Tools. So kann man es machen, so kann man es machen. Das ist cool, das ist cool. Aber man hat nicht verstanden, warum man immer wieder in diese Falle tappt, dass dann doch die Zeit zu eng ist, dass man doch die Sachen nicht hinbekommt. Ist ja bei uns im ganzen Leben so. Also man tappt eigentlich immer wieder in das gleiche Thema rein, ohne mal zu schauen. Oder noch anders, man hat immer wieder ein und dieselben Schwierigkeiten mit einer Sache. Und das Ding ist, das Ding ist, man sucht halt häufig die Schuld irgendwo im Außen. In Personen oder in dem Job zum Beispiel, wenn etwas einem ja nicht gelingt, dann fängt man an, halt hinzugehen und zu sagen, ja, vielleicht ist das doch nicht so geil, dass ich jetzt Makler bin oder ich habe die falschen Kunden oder was auch immer. Die deutschen Sachen gibt es ja auch. Also genau, man versucht einfach sich irgendwie das, was einem nicht gelingt, Misserfolg zu erklären. Das Ding ist, aber am Ende, und ich sage es, wie es ist, man muss unterm Strich immer die Ursache zuerst mal bei sich selber suchen. Ja, weil ich habe selbst ja die Entscheidung, ich will es mal ganz klar, man hat eine Entscheidung getroffen. Und das ist das Ding. Man trifft Entscheidungen, eigentlich permanent. Man trifft Entscheidungen. Ich finde das, was ich tue, nicht mehr geil. Oder ich entscheide mich dazu, eben unrelevante Dinge zu tun. Ich entscheide mich, mit Zeitklauern zu beschäftigen. Ich entscheide mich dazu, mit Energiefressern meine Zeit zu verbringen. ich entscheide mich dazu, mich mit Immobilien zu beschäftigen, die mir nicht den wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen, wie ich ihn gerne hätte. Genau, das ist spannend, was du gesagt hast. Du hast gesagt, Zeitfresser, Sachen, die nicht relevant sind. Und gerade das, ja, jetzt ein Immobilienmakler, der in dem Dilemma steckt, okay, zu wenig Zeit, und er meint, er macht die richtigen Dinge. Aber was sind so Dinge, du hast zum Beispiel, einmal hast du gesagt, Immobilien, die es eigentlich gar nicht wert sind, wirtschaftlich, sind Zeitklauer. Was sind denn so typische Zeitklauer, mit denen die Leute Zeit verbringen und meinen, es wäre gut, das jetzt zu machen oder das ist richtig, die eigentlich hinten raus völlige Zeitverschwendung sind, wenn man es so ansehen mag. Okay, das ist eine sehr coole Frage, die beantworte ich dir sehr gerne. Wir fangen erst mal beim Menschen an. Also, der erste Zeitklauer sind die falschen Menschen in der Umgebung. Ja, hier mal so ein paar grundlegende Eigenschaften, woran man denn überhaupt erkennt, ob man die richtigen Menschen in seinem Umfeld hat. Gut, und das ist jetzt ja nicht nur auf das Business bezogen, sondern komplett. Absolut. Das gilt aber auch für Geschäftspartner, das gilt genauso für Kunden. Das ist völlig egal. Also, der erste Punkt ist, der, und ich habe jetzt kürzlich selbst nochmal so eine Erfahrung machen dürfen, um das einfach nochmal so für mich auch zu reflektieren und hinzuschauen, hey, hast du, triffst du da oder hast du da die richtige Wahl für dich selber getroffen? Und da habe ich mit einer wirklich ganz, ganz, ganz tollen Freundin von mir gesprochen und das ist so ein bisschen mein Engel. also nicht mein Engel im Sinne von Freundin, also Freundin ja, aber nicht meine Lebenspartnerin, aber es hat einfach ein ganz toller Mensch. Schöne Grüße an die Marja nach München. Ganz, ganz tolle Person und es ist wirklich fantastisch, wie die, wie sie, wie sie einfach drauf ist, ja. Und diese Person hat zum Beispiel eine Eigenschaft, die mir bei Menschen besonders wichtig ist. Und zwar ist es ein Mensch, der anderen Menschen bereit ist, zu helfen. Okay, also helfen. Das ist für mich eine ganz wichtige Eigenschaft, weil ich bin ja jemand, der auch gerne, also der anderen Menschen gerne hilft und ich mache das nicht wegen Geld, sondern ich mache das, weil mir das Freude macht, anderen Menschen zu helfen. Okay? So, also ich brauche Menschen, ich möchte Menschen in meinem Umfeld haben, die anderen Menschen helfen wollen. Und das kann ich, ganz kurz, das kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, jeder, der auch auf deinem Seminar war oder bei dir Kunde ist, kann das bestätigen. Manchmal ist es ein bisschen härter, wie du hilfst, weil es sein muss, aber es ist im Endeffekt richtig und man sieht auch, dass es dir Spaß macht, nur für die Leute. Genau. Also man macht jetzt keinen Spaß, jedem, einem jetzt mal konsequent oder vielleicht ein bisschen streng zu sein, aber das ist also wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Das andere umgekehrt heißt ja auch, Hilfe anzunehmen. Weißt du? So, ich habe so ein paar, paar Leute, die mir, die mir wirklich unheimlich wichtig sind. Ich mache jetzt auch, nenne auch jetzt nur die Vornamen, weil ich will jetzt nicht, dass jetzt hier die Leute irgendwie hier, was weiß ich, gegoogelt werden oder sonst irgendwas. Das sind ja meine, meine Buddies, meine Leute, die mir wichtig sind. Und ich habe noch jemanden zweiten, den liebe Rolf, auch hier herzlichen Grüße nach Hamburg. Auch ein ganz, ganz toller Mensch, der mir ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner ist. Und so könnte ich jetzt ein paar Namen nennen, das sind so vier, fünf Leute. Und das sind Menschen, die mir helfen, wenn ich eine Frage habe, wenn die mich spiegeln, die auch ehrlich mit mir sind. Okay? So. Aber umgekehrt helfe ich genauso gerne. Also das ist ein Austausch. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Hast du es mit Menschen zu tun, die austauschbereit sind? Weil was bringt dir das, wenn du jetzt immer nur hilfst und hilfst und hilfst, aber du kriegst nichts zurück? Und die Leute kennen das Konzept auch gar nicht von Austausch. Kannst du das mal, ich wollte gerade sagen, kannst du das mal erklären, was du mit Austausch genau meinst? Weil das versteht jetzt vielleicht einer. Also Austausch ist wie eine Art Mehrwert. Das heißt, nehmen wir mal eine Beziehung. Das heißt, du willst ja in eine Beziehung, gibst du etwas rein. Zuneigung, Liebe, Zärtlichkeit, was auch immer. Du gibst etwas rein. Als Makler ja genauso. Du gibst was rein. Du gibst deinen Support da rein. Du gibst deine Expertise rein. Du gibst einfach coolen Input. Du strengst dich an. Du machst tolle Exposés, tolle Unterlagen. Du machst halt richtig Gas. Und der Kunde meckert im Umkehrschluss nur rum. Das wäre kein Austausch. Und im privaten Umfeld genauso. Das heißt, du gibst Gas, du machst was, du supportest deine Partnerin oder deinen Partner und am Ende des Tages kriegst du Kritik. Für was auch immer, völlig egal. Das ist ein Ungleichgewicht des Austauschs. Oder du hilfst in anderen Dingen. Was auch immer. Oder Eltern helfen ihren Kindern beim Studium. eine gute Ausbildung zu bekommen. Und die Kinder greifen einen jetzt im Umkehrschluss dafür an. Ist das geil? Nein, das ist natürlich nicht geil. Wer findet das schon cool? Und das ist halt no exchange. No exchange. Okay. Oder auch out exchange. Das heißt, eine Person wird dich auch irgendwann dafür attackieren. Das ist das Krasse dabei. Also du kriegst auf die Nase, wenn du mehr reingibst, als du zurückbekommst. Ja, das ist by everything. Das ist überall im Leben so. Das hat bestimmt auch der Makler schon mal erlebt. Ich meine, wir haben es auch schon erlebt, dass man eine extra Meile geht für den Kunden und noch das macht und noch das macht. Und es war wirklich eine erfolgreiche Aktion. Und dann am Ende des Tages, ja, sorry, wir können jetzt die Rechnung doch nicht bezahlen oder sowas. Ja, oder später oder was auch immer. Oder der Makler hat innerhalb von zwei Wochen ein super tolles Ergebnis erzielt und der Verkäufer sagt ja, boah, da haben sie aber jetzt schon ganz schön schnell ihre Provision verdient. Ja, genau so. Nach dem Motto, sie haben ja nur die Tür aufgesperrt, waren ja nur ein paar Besichtigungen. Also austauschbereit heißt halt wirklich, du gibst was Wertvolles, kriegst du was Wertvolles zurück. Oder aber auch in einer Geschäftsbeziehung, so wie wir beide jetzt zum Beispiel, wir setzen uns hin und sagen, sowas brauchst du. Aber ich sage ja auch, was ich brauche, was mir wichtig ist und was dir wichtig ist. Dann legen wir es nebeneinander und dann geht es ja darum, kann jeder dem anderen das liefern und geben, was der andere erwartet. Und diese Erwartungshaltung, was ich brauche, was du brauchst, wenn du mich als deinen Geschäftspartner an deiner Seite hast oder umgekehrt, ich dich als meinen Geschäftspartner an der Seite habe, aber du würdest jetzt sagen, naja, also ich möchte schon das einfordern, was ich halt brauche, aber das, was der Eins braucht, ist mir eigentlich egal. Okay? Das nennt man No-Exchange oder Out-Exchange. Macht überhaupt keinen Sinn. Sofort Kopfschuss, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich meine das wirklich so, wie ich sage, weil das sind eben keine guten Menschen. und das sind Egos, also das sind Ego-Manen, ja, das sind einfach Menschen, die saugen, die Energie saugen, die unter anderem auch dein Geld saugen oder sonst irgendetwas, ja, also die geben nichts zurück. Okay? Helfen, Exchange ist ein wichtiger Punkt, ja. Hängt ja auch irgendwo, sorry, die Punkt 1 und 2, helfen und Exchange, ist, hängt ja dann auch irgendwo zusammen. Also Leute, die sich nicht helfen lassen wollen oder nicht helfen können, dass die dann gar nicht austauschbereit sind auch in dem Moment. Genau, darum geht es, genau darum. Die wollen nicht helfen und wer nicht helfen will, ist auch nicht Exchange bereit. Richtig. Okay? Und jetzt können sich vielleicht die ein oder anderen fragen, was hat denn das jetzt mit Zeitmanagement zu tun? Ja, bei Zeit ist das ja genau das Gleiche, ja. Weil was willst du dich mit Zeug beschäftigen, wo du keinen vernünftigen Exchange bekommst, ja, also wo das, was du tust, keinen Wert hat oder so, ja. Macht halt überhaupt keinen Sinn am Ende des Tages, ne. Richtig. So, das sind nun mal zwei, zwei ganz wesentliche Faktoren im Leben von den Menschen, die du um dich herum hast. Ein dritter Punkt ist, der sehr, sehr wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, ist die Person auf einer ähnlichen emotionalen Stufe wie du? Okay, ist sie gut drauf, ist sie nicht gut drauf, ist sie mehr schlecht drauf als gut drauf, ne, oder bist du gut drauf und die andere Person ist eigentlich mehr nicht so gut drauf, ja, und im Endeffekt zieht die Person dich immer mehr runter und du musst sie eigentlich immer hochziehen am Ende des Tages, also such dir lieber Menschen, die auf deinem Level sind, ja, oder am besten noch ein bisschen über dir sind vom Level, aber wenn überhaupt nur minimal unter dir, eher, sie sollten auf Augenhöhe sein. Was sagst du jetzt aber, wenn dann jemand, wenn du das sagst und dann sagt jemand, ja, aber das ist ja gerade das Gute, wir ergänzen uns ja ein Ja. Ja, das ist dummes Gequatsche, das ist dummes Gequatsche, weil am Ende des Tages ist es einfach so, in dem Universum, in dem wir leben, zieht sich positiv und negativ nicht an, sondern stößt sich ab. Stell dir mal ein einfaches Beispiel vor, du stehst morgens, also bei mir ist es so, ich stehe morgens um, sagen wir mal um sechs, mal um sieben auf, vielleicht auch mal um halb acht, je nachdem, wenn ich im Bett war, aber in der Regel ist das so meine Range und ich bin morgens schon genauso drauf wie jetzt. Also ich bin ziemlich gut gelaunt morgens. Ich auch übrigens. Genau, so und jetzt stell dir mal vor, du hast jemanden, der braucht eigentlich erstmal so zwei Stunden, bis der auf der Betriebstemperatur ist. Ich kann dir sagen, du wirst dem auf Dauer auf den Sack gehen. Du wirst den nerven. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Du wirst den nerven oder er wird von dir genervt sein. Kennst du bestimmt auch, hast du bestimmt auch schon. Absolut, genau. Das ist halt einfach ein Ding, weißt du, die eine Person ist halt komplett anders als du oder wie man generell so im Leben steht. Hast du, ich bin jetzt jemand, ich habe wenig Trouble in meinem Leben. Ja, natürlich habe ich auch mal Stress mit meinen Kindern oder es gibt mal Diskussionen oder sonst irgendwas, aber selbst wenn mich das jetzt mal sauer macht oder enttäuscht, weiß ich aber immer, was ich zu tun habe und wie ich da rauskomme. So und da brauche ich doch in dem Moment auch einen Partner, ja, ob das jetzt ein Geschäftspartner ist im Business oder eine Person, Partner, Partnerin, die mich dann in meinen schwachen Momenten auch mal da rausholen kann. Richtig. Wird das einer schaffen, der jetzt emotional, sagen wir mal, 18 Stufen unter mir steht? Nein, die wird eher noch draufhauen und die wird dich eher noch mehr runterziehen als alles andere. Ja. Ja, also das wäre so mal Nummer drei, emotionale Stufe. Okay. Nummer vier. Nummer vier ist, wie schnell ist die Person im Kopf oder wie langsam. Hier kleiner Test, wie man das ganz cool rausfinden kann. Stell der Person eine Frage und guck mal, wie schnell die Antwort kommt. Also wenn die Person eine Zeit lang braucht, also sozusagen eine Verzögerung da ist, dann kann ich dir sagen, lass es sein. Lass es sein, am besten schnell den Turbo einlegen, weil die Person wird es nicht sein, die Mitarbeiter werden sollte in deinem Unternehmen, noch Geschäftspartner werden sollte, noch Lebenspartner. Weil Menschen, die eine krasse Verzögerung haben in der Kommunikation, wenn du mit ihnen redest oder ihnen eine Frage stellst, das ist ein Zeichen A für nicht so ganz helle oder aber nicht ganz klar oder aber das ist ein Taktiker, der über alles, also überkritischer Mensch, der über alles immer irgendwie nachdenken muss und sagt, oh, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage. Das ist auch ein Indiz dafür und mal abgesehen davon ist es auch ein Zeichen, dass es nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Das kommt noch mal dazu. Also das wären schon mal so ganz elementare Dinge. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, da gibt es schon noch mehr, aber das sind so mal ein paar Sachen, also so vier von sechs mir wichtigen Themen, wo man ganz schnell auch mal den Faden oder den Blick für mal verliert oder zum Beispiel in so eine Illusion reingeht, so eine Illusion. Dass man jemanden kennenlernt, der, ich will das an einem Beispiel festmachen, der so im sozialen Umfeld sehr shiny ist, sehr toll wirkt, sehr freundlich, aber komischerweise, wenn du mit ihr zusammen bist, ist die anders. Okay? Das ist so die Person mit den zwei Gesichtern und du solltest mit Menschen zu tun haben, die ein Gesicht haben, nicht zwei. Okay? Also jemand, der auf der einen Seite im sozialen Umfeld, im Business, wow, super, super, super und dann abends merkst du wirklich, wie so ein Luftballon, ist die Luft weg, ist die Luft raus. Ja? Zeitfresser, Energiefresser, gar nicht cool, macht überhaupt keinen Sinn. So. Jetzt gucken wir mal ganz genau hin. Also ich kann nur jedem raten, da ein bisschen hinzuschauen. ich kann alle, alle Probleme der Vergangenheit und in Bezug mit Menschen daran festmachen, dass ich da an der Stelle von einem dieser Punkte, es sind wie gesagt noch ein paar mehr, aber die reichen erstmal so, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Wenn ich Trouble bekommen habe, und ich sag's dir wirklich, wenn ich Trouble bekommen habe, war es immer mindestens zwei, drei von den vier Punkten oder fünf, die ich jetzt gerade genannt habe, die nicht gestimmt haben. Immer. Interessant. Ausnahmslos im Übrigen. Und jetzt kommt ein Punkt, dass auch dann, wenn du die falschen Leute in deinem Umfeld hast, kriegst du auch immer Trouble mit Zeit. Weil die dir ja die Zeit klauen, diese Leute. Also das heißt, diese Menschen, weil Mensch, People to People. Du hast ja im Business mit People to People zu tun. Darauf wollte ich gerade eben auch hinaus. Also wenn du jetzt als Makler, sagen wir mal, die ganze Zeit zum Beispiel Kunden hast, die diese Eigenschaften hier, diese Eigenschaften hier haben oder Nicht-Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, dann sind das Verkäufer, die Schrottimmobilien haben, die meinen, ihre Immobilie ist eine Million anstatt eine halbe Million wert. die sind beratungsresistent, mit denen kannst du nicht vernünftig auf Augenhöhe sprechen, die sind unvernünftig, auch ein Thema. Und das sind alles Zeitfresser, weil mit denen drehst du dich um die eigene Achse. Ich wollte gerade sagen, da kommt hier nochmal eine Korrekturanforderung, dann kommen da super viel Missverständnisse auf, Kommunikation klappt nicht. Und du wirst komplett irre in der Birne. Komplett irre wirst du. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also deshalb, Zeitmanagement ist eine ganz wichtige Komponente. Halte dir Trouble vom Hals. Punkt Nummer eins. Okay? So, warte. Das ist das Ding. Und ich kann dir eine Sache sagen, und das sage ich mit großer Freude und mit großem, großem Glücksgefühl am Ende des Tages. Wenn du das einhältst, oder du nicht einhältst, wenn du das nicht einhältst, hast du einfach Ärger. Du merkst, du kriegst Ärger. Umso geiler, wenn du den Ärger los bist, weil dann merkst du wieder, ach, guck mal, uh, da ist Sonne da. Ja, und auf einmal verschwinden denen, verschwinden denen so viele Probleme auf einen Schlag. Die verschwinden auf einen Schlag. Die sind auf einmal, wie Luft sind die weg. Das ist schon sehr, sehr geil. Und das hilft dir natürlich auch. In deine Energy, in deine Kraft zu kommen, in deine Power zu kommen. Und ganz, ganz viele Dinge lösen sich gleichzeitig. Also dazu gehört aber ein bisschen Wahrheit natürlich dazu. Und ein bisschen auch Ehrlichkeit zu sich selber. Weil ich bin jetzt niemand, der einem anderen vorwirft, dass er so ist, wie er ist. Weil mal abgesehen davon, diese Leute, die ich gerade beschrieben habe, die so sind, also weiß ich nicht so ganz, die hellsten Kerzen auf der Torte, die wissen das ja selber nicht. Die denken ja selber, dass sie, dass sie dann trotzdem irgendwie cool sind. Oder, oder dass sie ja und ja, sie wollen helfen. Aber dass sie, dass sie dann zum Beispiel Menschen sind, die sich immer über andere beschweren und dass sie immer über andere was zu meckern haben und dass sie immer kritisieren, das könntest du denen selbst mit 20 Tonbandaufnahmen noch nicht mal beweisen. Weil da würden die sagen, was weiß ich, die Tonbandaufnahmen sind gefälscht. Das finde ich auch, das haben wir vorhin gar nicht so krass thematisiert, aber das ist wirklich, wenn andere sehr viel schlecht über andere reden oder andere immer nur das Thema sind, das finde ich auch ganz schwierig, wenn Menschen so im Umfeld sind, ob es im Geschäftsumfeld ist, privat im Umfeld. Definitiv. Also ein bisschen hetzen gehört auch mal dazu. Ich glaube, aber das ist ja die Frage, ob man das mal macht, um sich so ein bisschen, was weiß ich, mit Spaß zu machen oder ob das eine dauerhafte Komponente ist und ich habe das auch mal in meiner Phase gehabt, wo ich in so einer Wut in mir drin war. Da habe ich auch die Schuld und alles immer bei anderen gesucht. So war auch eine Phase in meinem Leben und habe dann irgendwann mal festgestellt, was machst du herrlich für einen Blödsinn. Okay, aber lass uns nochmal zurück jetzt zum Zeitmanagement. Also das eine Sache im Leben für mangelnde Zeit sind einfach die falschen Menschen, die man in seinem Leben hat. Falsche Umfeld etc. Jetzt hat, glaube ich, jeder mal so ein paar Punkte, woran er das festmachen kann. Und gerne können die Leute auch in die Kommentare schreiben. Wir können da gerne nochmal eine zweite, dritte Folge draus machen, weil das ist wirklich eigentlich so ein Runner. Also da kann man wirklich ohne Ende Beispiele für jeden einzelnen Punkt, den ich genannt habe, geben, ob das Austausch ist oder helfen oder was auch immer. Weil ich glaube, auch da haben die einen oder anderen so ein verquertes, nicht ganz klares Konzept, was das angeht. Ja, es gibt ja auch viel mehr Urs. Also wir haben jetzt ja ganz viel über das Thema Menschen bei Zeit geredet, aber du wolltest auch gerade noch übergehen zum zweiten Punkt. Ja, ja, genau. Also es ist ein Kern, weil wir sind ja soziale Wesen. Wir sind soziale, wir sind im sozialen Umfeld. Also haben wir natürlich viel mit Menschen zu tun. Kannst du hier mal, kannst du da mal, ach überhaupt, und die Mama und die Schwiegermama ruft an. Kannst du mal hier mal, kannst du mal da mal. Und irgendwie, man fühlt sich häufig so verpflichtet, irgendwas für irgendwen zu tun. Oder da ruft irgendjemand an beim Makler, ach hören Sie mal, ich habe hier irgend so ein Grundstück, da weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Bringt nix, macht nix, hat keinen Sinn, keinen Zweck. Kann ich da irgendwie, was kann ich denn da für eine Miete für nehmen? So, da muss man, also, jetzt kommt der zweite Punkt, ist, wer bist du überhaupt und als was positionierst du dich überhaupt im Business? Du kannst halt auch nicht immer alles machen. Korrekt. Okay, das ist auch wichtig. Du kannst nicht für alle da sein, auch wenn du noch so sehr helfen willst, ja, aber du musst dich auch ein bisschen positionieren und, also nicht ein bisschen, sondern du musst dich positionieren und wissen, was ist wirklich deine Expertise? Und wenn ich auch das schon habe, wenn ich sage, okay, ich habe meine Expertise, was sind denn jetzt die wichtigen Dinge, die ich wirklich machen muss? Genau, Expertise, ja, ich kann, und das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, dass ich jemandem mal sagen kann, du pass auf, in dem Bereich bin ich nicht der Experte. Korrekt. Also, da lehnt man sich auch weit aus dem Fenster, also ich glaube schon, wirklich auf sehr viele Dinge des Lebens eine gute Antwort geben zu können, auch im Business, aber manche Sachen, da muss ich auch sagen, okay, pass auf, da passe ich. So, ein ganz wichtiges Thema. Wenn man, für alle, die sich das nicht trauen, man wird verwundert sein, wenn man das zugibt vor anderen, dass man da, wie dann die Resonanz ist, oh, danke für deine Ehrlichkeit, danke für dein Feedback, man wird dann nochmal, viele haben dann Angst, dass sie degradiert werden, in der Stufe, im Rang, nicht mehr so hoch angesehen oder so, aber es ist häufig genau das Gegenteil, wenn man in der einen Bereich dann als Experte bekannt ist und ganz klar sagt, na, guck mal da, Ansprechpartner XYZ, mach das bei dem, kann ich nicht. Und ich sag's nochmal, weil auch diejenigen, die heute diese Podcast-Folge sehen, die werden vielleicht jetzt denken, ja, boah, ist ja krass, ja, das ist ja irgendwie so ein tiefes, deepes Thema und das ist es auch wirklich. Und wer annähernd dem Ganzen hier auf den Grund gehen will, der wird auch verstehen, dass man das nicht einfach mit irgendeinem Blatt Papier löst, ja, sondern eben mit wirklichem, äh, richtigem Wissen erstmal und vor allen Dingen, wenn man das nämlich nicht checkt, also versteht, dann wird man auch immer in die gleichen Fallen tappen. wie du es ja gerade eben auch und wie ich auch jahrelang mit irgendwelchen Timesystemen versucht habe, dieser ganzen Tatsache Herr zu werden und wenn mich heute einer fragt, wie machst du das denn, frag mich, vielleicht fragst du mich ja gleich mal, ne, wie ich das halt mache, so, und jetzt kommt eigentlich das, das im Prinzip, um es auf den Punkt zu bringen, kommen noch ein paar wesentliche Dinge dazu. Der erste Punkt ist, was zerlegt uns denn überhaupt in Sachen Zeit? Was denkst du? Was zerlegt uns in Sachen Zeit? Dinge, die wir gerade schon thematisiert haben, sehr viele, einfach die eigene Verantwortung nicht zu sehen, so meiner Meinung nach, nicht zu wissen, was muss ich jetzt wann, wie, wo tun. Okay, aber jetzt liegt der Schreibtisch voller Zeug. Was hat das jetzt mit Verantwortung zu tun? Ja, zu wissen, wofür man jetzt verantwortlich ist und dann zu sagen, alles klar. Oder man macht den Schreibtisch ja auch nicht leer. Nee, nee, aber erstmal Klarheit, Klarheit, zu schaffen, was ist denn überhaupt jetzt wirklich dringend gebraucht und was sind Sachen, die ich machen muss? Was kann ich delegieren? Genau, das ist natürlich so das Thema Priorität. Jetzt kommt wieder die Supertime-Manager und sagen, ja, da musst du Prioritäten setzen. A, B, C, wichtig, wichtig und dringend, ja, oder dringend. die Eisenhower-Matrix. Boah, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Faschistisch kann es wirklich nicht mehr hören. Kann man machen, sind Hilfestellungen, ja, aber das Ding ist was ganz anderes. Das Ding ist was ganz anderes. Das Ding ist erstmal, wie funktioniert überhaupt etwas zu organisieren? Und ich sage es dir, also ich gebe eine Wette ab, dass 99 Prozent von denen, die jetzt das Video hier schauen, und das meine ich, nicht böse, nicht despektierlich, noch nicht mal den Unterschied zwischen etwas managen und organisieren, also Organisation und Management wirklich auseinanderhalten können und exakt definieren können. Punkt eins. Und das lassen wir jetzt auch mal einfach so offen stehen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, der eigentliche Kern von Zeitmanagement ist es unerledigtes, unerledigtes, also offenen Zyklus. Du hast ungeöffnete Briefe bei dir auf dem Schreibtisch liegen. Okay? Punkt eins. Also offene Tickets. Und ich betone offene Tickets. Und das sind nicht nur Briefe mit gemeint, sondern Aufgaben, die nicht erledigt sind. Objektaufbereitung, weil du einen Auftrag gemacht hast und du hast es einfach unerledigt da liegen. Und nicht für ein Objekt, sondern für fünf Objekte. Weil du Aufträge gerade reinholst, aber sie nicht abarbeitest. Punkt Nummer eins. Dann den unerledigten Einkaufszettel deiner Frau, den du auf dem Tisch hast. Die drei Versprechungen, die du deinem Kumpel abgegeben hast, ihm zu helfen, beim Baumhaus bauen für seine Kinder. Also die ganzen unerledigten Tickets, die du so über das Ganze, über die ganze Woche oder den Tag, die Woche, den Monat, die Monate und auch teilweise Jahre angesammelt hast und immer schön in die Schublade reingelegt hast. Und das sind alles ungedeckte Schecks. Das sind alles ungedeckte Schecks. Also wer noch weiß, was ein Check ist. So ungedeckte Schecks. Punkt Nummer eins. Das heißt, die Aufgaben wurden irgendwann mal gestartet? Nein, die sind unerledigt. Die sind reingekommen und nicht erledigt. Man hat sie vielleicht aufgeschrieben und gesagt, das muss ich machen. Aber sie sind einfach nicht erledigt. Nicht mal begonnen. Also unerledigt offene Aufgaben. Muss ich machen. Zweite Sache sind begonnene Sachen, begonnene Tätigkeiten und nicht fertig. Und jeder halbwegs intelligente oder halbwegs normal denkende Mensch weiß jetzt, was Zeitmanagement ist. Was du anfängst, bringst du zu Ende. Und zwar just in time. Mach deinen Scheiß zu Ende. Problem eins gelöst. Problem zwei. Offene Aufgaben starten, umsetzen, zu Ende bringen, Haken dran. Zeitproblem erledigt. Beispiel Buchhaltung. Die Buchhaltung, das ist ein ganz einfaches Beispiel eines ganz normalen, klein selbstständigen Maklers. Man stellt Rechnungen, noch eine Rechnung, noch eine Rechnung, aber man kriegt mehr Rechnungen rein, also Eingangsrechnungen als Ausgangsrechnungen und man lässt die ganze Scheiße liegen. Wo kommt die ganze Kacke hin? in irgendeine Schublade rein. Ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen, müsste ich nächste Woche machen, habe ich wieder nicht geschafft, weil es wieder ein Termin dazwischen gekommen, dann kommt der nächste Monat, der nächste Monat und dann irgendwann kommt dann der Festsetzungsbeschluss vom Finanzamt, weil du über eine Zeit lang von, was weiß ich, zwei Jahren nichts eingereicht hast beim Finanzamt. So ist es vielleicht ein bisschen hart, aber so. Jetzt geht die Scheiße erst richtig los. Jetzt fangen wir erstmal an, alles zu suchen, alles ausfindig zu machen und jetzt geht das Drama los. Scheiß Finanzamt, bla bla bla, die wollen mich hier töten und jetzt geht der Trouble los, weil jetzt geht es ja nicht mehr anders. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir können es auch ein bisschen abmildern, indem zum Beispiel man auf einmal die Sache bei der Steuer einreicht, man hat aber überhaupt keinen Überblick über seine Finanzen und auf einmal sagt der Steuerberater dann, ja, herzlichen Glückwunsch, ja, Sie dürfen in zwei Monaten, was weiß ich, 25.000 Euro nachzahlen. Herzlichen Glückwunsch, Jackpot. So, warum eigentlich Jackpot? Weil man ist nicht nur blind, sondern auch noch blöd. Ja, also das heißt blind erstmal, weil man diese ganzen Aufgaben einfach macht und nicht versteht, also gar nicht hinschaut und wirklich mal drauf geht auf die ganzen Sachen, geschweige denn sich, man natürlich die Dinge nicht abarbeiten kann, wenn man nicht checkt, um was es wirklich geht und wie es wirklich funktioniert und wundert sich dann nachher noch, wenn das ganze Leben auf einmal wie ein Kartenhaus zusammenfällt, weil man einfach die permanente Zeit nur so eine Art Schneeräumer ist, also das Zeug vor sich her räumt. So, und dann bringt natürlich auch das geilste Zeitmanagement-Tool nichts, weil das Zeitmanagement-Tool offenbart eigentlich die nächste Schwäche an der Stelle, nämlich die komplette Disziplinlosigkeit der Person, die jetzt sich jede Menge Sachen auflistet, aber am Ende des Tages sie ja doch nicht umsetzt, weil sie ja die anderen beiden Sachen schon nicht geschissen bekommen hat, nämlich offene Zyklen zu schließen und Unerledigtes zu Ende zu bringen. Ja, was soll denn jetzt noch so ein Timesystem regeln oder Timeboxing? Wenn auch nur die Aufgaben von links nach rechts gescheuert. Ja, das ist doch komplett bescheuert. Also, der Kern der Sache ist, wenn du eine Aufgabe auf dem Tisch bekommst, sorge dafür, dass du sie erstens verstehst, was ist hier zu tun und drittens und drittens dann auch, wenn du sie anfängst, auch erledigst. Und natürlich, ja, da gehört Disziplin dazu. Und Disziplin ist ja im Kern der Sache nichts anderes, als dass man sich unter Kontrolle hat, seinen eigenen Willen, seine Gefühle, seine Emotionen und einfach sagt, alles klar, ich mache das jetzt, ich erledige das jetzt, ich bringe das jetzt vom Tisch. Und wenn man jetzt zuhört und sich denkt, ja, du sagst, man muss verstehen, worum es geht, man muss die Sachen, wenn man sie startet oder man muss sie überhaupt erst mal starten, durchführen und zu Ende bringen. Ja, aber wie soll das denn gehen, das dauert so lange oder hin und her, dann ist es ja meistens, man hat nicht richtig verstanden, was überhaupt gemacht werden muss. Oder man hat es verstanden, aber irgendwann sind es wirklich viele Aufgaben und dann ist halt das Thema, okay, ich muss mir Zeit einkaufen. Und was ist dann? Nicht Zeit einkaufen, sondern dann kommt Verwirrung dazu. Ach so. Ja, das heißt, je mehr, das ist ja das eigentliche Problem, dass ja mehr verwirrte Menschen durch die Gegend laufen als Vaterland lieb sind. Ja, warum? Weil sie so viele Tickets offen haben, die unerledigt sind oder offen, generell offen sind. Und das macht es ja nicht leichter, sondern es macht es ja noch viel schlimmer. Weil jetzt fängst du ja an, in einem verwirrten Zustand, deine Liebsten zu verletzen, zu verärgern, weil du wütend bist, weil du stinksauer bist, weil du dein ganzes Gefüge nicht unter Kontrolle hast, ja, und am Ende des Tages, ja, einfach ignorant durch die Gegend läufst, weil du jetzt ja schon gar nicht mehr hinguckst, was eigentlich du für eine Scheiße verbockt hast. Das Thema hat ja auch auf deinem Social Media Account ziemlich polarisiert, wo du gesagt hast, Stress im Sinne von, mir steigt alles über den Kopf, kommt halt eben von diesen, wie du gesagt hast, unerledigt, nicht angefangen, nicht verstandenen Aufgaben. Exakt, genau so ist es. Und dieses ganze Durcheinander, diese Verwirrung, die entsteht halt durch offene Tickets. Das ist so, musst du dir vorstellen, wie so eine komplett blinkende Telefonanlage, wo, weiß ich, zehn Apparate drauf sind und alle zehn Lampen blinken. Und da gibt es auch nur eine Lösung für, die ist ganz einfach. Ja, klick, also drück auf eine Lampe, nimm den Hörer an, melde dich, arbeite das Telefonat ab und dann die nächste. Also das heißt, die Aufgaben sortierst du nicht von links nach rechts, sondern du machst zum Beispiel zwei, drei Häufchen nach Kategorien und dann arbeitest du die ab, von ganz eins nach dem anderen. Und ja, da musst du, und das Komische ist, jetzt kommt das Komische, wenn der Druck richtig hoch ist, dann funktioniert es ja auch. Warum funktioniert es denn nicht ohne Druck? Und da sind wir wieder bei so einem Thema, es gibt halt, ich sage mal, drei Arten von Mitarbeitern zum Beispiel, da können wir auch sagen Menschen, ja, es gibt die Anführer, ja, oder die Lokomotivführer, ja, die, die sozusagen, ähm, eher ziehen, ja, und, und was nach vorne bringen, dann gibt es die Anschieber, ne, also die helfen, Unterstützer, die schieben was an, und dann gibt es die Stopper, ja, und die Stopper, die kann halt keiner gebrauchen, ja, die muss halt eigentlich vom Zug werfen, ne, weil Mitarbeiter, die stoppen, fliegen bei mir raus, ich brauche keine Stopper, ne, sondern, und, und auch nicht Menschen in meinem Leben, die stoppen, die alles irgendwie kaputt machen wollen, ja, die einfach so Sabotageprogramme laufen haben, ja, solche Typen brauchst du nicht, ne, und das Coole ist halt, und das Geile ist halt, ich habe halt schon da auch eine Strategie entwickelt, wenn ich halt dann wirklich mal merke, dass einer echten Stopper ist, und mir ziemlich auf den Sack geht, dann weiß ich natürlich, wie man diese Person los wird, und das Gute ist, die glaubt halt dann, sie wäre von alleine gegangen, obwohl sie gar nicht gemerkt hat, dass ich die Ursache darüber bin, dass sie gegangen ist, was ist, wenn man jetzt aber merkt, gehen musste, man ist selbst der Stopper, wenn man das jetzt reflektiert, und man sieht, oh scheiße, ich bin selbst der Stopper. Naja, das wäre natürlich jetzt, sagen wir mal, insofern eine gute Erkenntnis, weil, wenn man die Erkenntnis hat, dass man Dinge stoppt, oder sabotiert, dann ist man ja schon wieder halb draußen, weißt du, weil das ist ja, ne, also, wirklich eine gute Erkenntnis, ich hatte gestern ein Gespräch, mit einer Kundin von uns, und, die gesagt hat halt, hey, das ist für mich schwer, aber ich möchte mir mehr helfen, lassen, ja, ich möchte mehr noch in Kommunikation mit dir gehen, und, wo ich ihr dann auch gesagt habe, der Person sagt, Mensch, krass, ist doch toll, ja, du hast für dich erkannt, dass du damit in der Vergangenheit eine, sagen wir mal, Schwierigkeit hattest, oder eine Verbesserung, und alleine, dass du es jetzt machst, und alleine, dass du es schon gehst, ist es ja schon gelöst, ist es ja schon aufgelöst, ne, so, ja, also, das Ding ist, ist schon ganz witzig, und es ist sehr, sehr viel breiter, weil Zeit ist ja etwas, was uns sehr beschäftigt, sehr beschäftigt, und vielleicht hier, last but not least, war das ja doch jetzt eine sehr lange Podcast-Folge, vielleicht last but not least, und wir können uns das ja mal reminden, dass wir sagen, hier komm, da gehen wir nochmal drauf, auch wie die Resonanz ist, was die Leute auch vornehmen. Ja, genau, schreibt mal in die Kommentare rein, ja, es wäre schon wirklich cool, wie ihr das Thema findet, wie ihr das jetzt, wie das auf euch gewirkt hat, schreibt auch mal gerne Beispiele, unter die, in die Kommentare rein, ja, ja, genau, wir greifen das gerne auf, weil es wirklich ein sehr elementares Lebensthema an sich ist, ne, weil das hat, hat ja so viele Folge- und Wechselwirkungen, das darf man auch nicht vergessen, das hat wirklich extrem viele Folge- und Wechselwirkungen, ja, weil du hast dann einen Chef zum Beispiel, der Power macht, ne, der, der immer mehr fordert und so weiter, ne, ja, warum machst du so, ja, ne, weil du hast dann einen, der, ne, so Voll-Action macht und so weiter, und, und dann bist du, fühlst du dich ja auch unter Druck, ne, das darf ich auch nicht vergessen, und wenn du so viele offene Tickets hast, dann machst du dir ja auch selber Druck, ne, weil das ist halt schon so ein krasses, echt krasses Thema, und, aber auch ein sehr sexy Thema, und ein Thema mit maximal viel Entwicklungsprozess, Potenzial, ne, und wie gesagt, vielleicht lösen wir noch irgendwann die, mal die, die, die Aufgabe, oder die, die Frage, wie mache ich es denn jetzt letztendlich, ne, lassen wir heute mal noch offen, und die lassen wir heute mal noch offen, ne, am, am Ende des Tages ist es halt aber ziemlich cool, ähm, engpassbezogen zu arbeiten, erledige das Zeug, was wirklich wichtig ist, ja, und jetzt, das können wir jetzt auch wichtig und dringend, ja, sondern Engpass, wo ist der Engpass, und erledige das, was wirklich zu erledigen ist, sofort, und ich bin noch ein Beispiel schuldig mit der Buchhaltung, das will ich gerade noch zu Ende bringen, das Thema Buchhaltung ist nämlich echt so ein krasses Thema, weil, wie ja auch gerade eben gesagt, man schiebt es einfach raus, und dann knallt es halt irgendeinem um die Ohren, weil, das ist halt schon ein sehr verantwortungsvoller Bereich, ja, weil wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, Finanzamt, Schulden hast, deine Steuern nicht bezahlst, ist nicht so sexy, und das Finanzamt macht da ja auch nicht so viel Spaß mit, ne, an der Stelle, und, äh, auch das habe ich in den 37 Jahren, die ich jetzt im Business bin, auch erlebt, ja, es ist halt nicht so geil, ne, wenn du mal, was weiß ich, irgendwie einen Geldautomaten gehst, äh, und auf einmal irgendwie, äh, was ist der kaputt, oder was ist hier los, kommt es raus, weiß wie ich mein, so das, also, ich sag's nochmal, ich hab wirklich, ich bin in jeden Scheißhaufen getreten, und deshalb sitze ich auch heute hier und weiß, wie das ganze Game funktioniert, aber zum Thema Buchhaltung gibt's halt, weißt du, so eine ganz einfache Lösung, und ich hab alles in der Richtung wirklich ausprobiert, und ich bin ziemlich fit in Buchhaltung, ja, äh, und in diesen Dingen, und auch wenn es mir nicht die größte Freude macht, aber ich muss nicht mehr drüber nachdenken, wenn du eine Sache wirklich gut kannst, dann kommst du in so einen Zustand, dass dich es nicht mehr nervt, oder abfuckt, sondern du machst es halt einfach. Und das ist dir dann auch keine bis wenig Energie raub, wenn du so machst. Genau, und das nennt man Pflicht. Okay, dann musst du, das ist einfach deine Pflicht, es zu tun. Das ist nicht, ah, oh, eh, oh, ah, äh, bla, bla, bla und Drama, sondern fucking Pflicht, du musst das machen. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, als ich das noch selber gemacht habe, was ich heute glücklicherweise nicht mehr tue, aber ich könnte es jederzeit tun, und ich bräuchte vielleicht ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde, um mich wieder da reinzubringen in das Thema, und ich sage dir, ich würde es schneller als jeder andere tun. Und ich erkläre dir auch wie. Nämlich, nicht weil ich jetzt so ein toller Hecht bin, sondern weil ich das einfach echt krass trainiert habe. Und das Ding ist, ich habe da ein System entwickelt, wie zum Beispiel meine, meine, ähm, ganzen Rechnungen, alle, gehen alle auf eine E-Mail-Adresse. Alle auf eine E-Mail-Adresse. Da gibt es auch wieder Tools jetzt, wo du die Rechnungen irgendwo schickst, die scannen dir das ein, dann kannst du deine, bla, bla, bla. So weit will ich gar nicht gehen. Alles geht digital auf eine E-Mail-Adresse. Bis auf vielleicht ein paar Sachen, die noch per Post kommen. Aber in der Regel, alles auf eine E-Mail-Adresse. Habe ich auch so. So, und dann passiert nur noch eins. Die E-Mail kommt rein. Dann habe ich einen Ordner für den Monat. Also ich habe immer zwölf Monate. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und da gibt es Eingang, Ausgang, Archiv. Okay? Eingang, Ausgang, Archiv. Beim Eingang kommen die ganzen Eingangsrechner. Also das heißt, die E-Mail kommt rein. Zack, die wird bezahlt. Sofort und umgehend. Ja, wird bezahlt. Ja, also wird eingegeben. Zack, 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 zack. Und dann wird die gespeichert, die Rechnung Eingang erledigt. Okay? Und das Ganze mit dem Ausgang auch. Ja? Also Ausgangsrechnung ist ja die Rechnung, wo ich Geld bekomme. So, und das ist jeden Tag, sagen wir mal, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde. Mache ich auf der linken Arschbacke. Überhaupt gar kein Problem. Und das ist aber immer der gleiche Move und es wird direkt erledigt. Spätestens aber am Freitag Uhrzeit XYZ ist das erledigt. Also Deadline, sagen wir mal Freitag 18 Uhr. Zum Wochenende muss alles sauber geputzt sein. Das ist die Richtlinie. Dadurch bin ich zeitlich ein bisschen flexibel. Und wenn ich um 17.50 Uhr es nicht erledigt habe, dann setze ich mich auf den Hintern und erledige das. Und wenn es halt bis 18.30 Uhr dauert, extra Meile, Pech gehabt, hast du nicht gemacht, hast du aufgeschoben, bis dahin muss es erledigt sein. Und das Geile ist, am Ende des Monats, also am zweiten, dritten Werktag, wenn denn dann alle Rechnungsabschlussposten auch von der Bank da sind, gehe ich nur noch hin und ziehe einmal die ganzen Daten zum Steuerberater rüber, in seine Online-Buchhaltung beziehungsweise Software rein, Schnittstelle. Ich brauche es nur noch. Ich klicke alles an, ziehe es da rein, lass einmal die Maus los, verschiebe dann das Ganze ins Archiv, weil ich muss ja doppelt haben sozusagen, einmal beim Steuerberater, einmal bei mir und damit ist der Käse gegessen. Im Zweifel kriege ich jetzt, weil ich vielleicht noch irgendwo Amazon, was auch immer, so ein paar Stellen habe, kriege ich jetzt nochmal eine Rückmeldung vom Steuerberater, da fehlt noch irgendeine Kleinigkeiten, aber bei uns ist am spätestens dritten, vierten Werktag, okay, sagen wir mal, fünfter Werktag, ist alles vom Tisch und das immer just in time für den Vormonat, obwohl wir eine Dauerfristverlängerung haben. Das heißt, wir hätten sogar einen Monat mehr Zeit, aber es ist trotzdem monatsultimo, blödsinn, was ich sage, nicht monatsultimo, sondern bis zum fünften Werktag komplett erledigt. Zum zehnten muss die Umsatzsteuer voranmeldung, aber für den, nicht diesen Vormonat, sondern den Vormonat gemacht werden. Das heißt, ich bin immer einen Monat im Vorsprung. Immer. Und das ist halt einfach mal eine Sache zum Thema Zeitmanagement. Und so kann man das mit Objekten machen, so kann man das mit vielen Dingen sehr, sehr gut organisieren. Und das Ding ist, in den meisten Fällen, nicht in den meisten, in allen Fällen, in allen, und zwar, liebe Leute, in 100 Prozent der Fälle scheitert es an diesen zwei Dingen. Offene Zyklen und nicht, also begonnen und nicht abgeschlossen. Es gibt keine anderen Ausnahmen. Ihr könnt euch alle Beispiele anschauen da draußen, könnt alles tun und lassen, was ihr wollt. Am Ende des Tages zerlegen euch diese beiden Sachen. Und das ist im Prinzip schon das große Geheimnis, das große Geheimnis zum Thema Zeitmanagement. Jetzt kannst du dir doch noch aussuchen, ob du auf ein weißes Blatt Papier schreibst oder ein von Amazon vorgedrucktes Timeboxing super Ding. Du kannst aber auch dann, was weiß ich, das Wendelin Boxing draus machen, wenn du das brauchst. Du kannst aber auch für ein paar hundert Euro irgendeinen tollen Terminkalender kaufen. Mach, was du willst. Am Ende des Tages kommst du nicht dran vorbei, diese zwei Dinge in den Griff zu kriegen. Wie immer im Leben auch mit einer Menge Disziplin. Ich weiß gar nicht, was Menge Disziplin ist. Der Punkt ist, mach einfach den Scheiß, den du machen musst. Du bist fertig. Weißt du, das ist eigentlich das Ding. Mach es doch einfach. Und hör auf rumzudröseln, hör auf rumzujammern. Und wenn dir das alles nicht gelingt und wenn dir das so schwer fällt, dann musst du halt auch mal darüber nachdenken, vielleicht nicht selbstständiger zu sein. Weil selbst und ständig heißt ja auch ein bisschen ein Auftrag an die eigene Organisationsfähigkeit. Und wenn du das aber nicht hinkriegst, dann such dir doch einfach mal einen Job. Und wenn du da Probleme hast, dann komm doch einfach bei uns ins Coaching. Dann erklären wir dir, wie das geht und bringen dir das bei. Und wir trainieren dich auch noch oben drauf. Und du kannst dich vielleicht ein bisschen entwickeln am Ende. Wenn du magst. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020